Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Island-Update. Wir haben den 2.12.2024. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wir werden uns in diesem Video eine richtig interessante Liste angucken und zwar eine Liste von Stefan Langenbach von Vulkane Islands. Ich habe von Stefan und von Mike Schüler ein wenig auf die Kappe bekommen, weil ich euch in den letzten beiden Videos, ja, falsche Daten genannt habe. Und da habe ich mich auch ein bisschen in die Irre führen lassen und habe diese Daten dann veröffentlicht. Und es tut mir wirklich leid an der Stelle. Es ging hier um die aktuellen Förderraten, ja, von vor ein paar Tagen, wo ich das Video veröffentlicht habe. Und da habe ich euch eine abnormal große Zahl von gut 500 bis 800 Kubikmeter pro Sekunde Förderrate genannt. Und das war absoluter Schwachsinn. Ich habe mich da nur auf einem Weg informiert. Man sollte sich aber zu den aktuellen Daten immer am besten über zwei Wege informieren, sich absichern. Und was ist da am besten geeignet als unsere Facebook-Gruppen Vulkane Islands und Volcanoes & Vulkanism und jetzt auch meine kleine private Gruppe Welt der Vulkane. Dürft ihr euch gerne anschließen, das ist unten im Video verlinkt. Und ja, jetzt haben wir die aktuellen Daten vorliegen. Ja, ich habe eben nochmal mit Mike Schüler telefoniert. Er hat mir das auch nochmal bestätigt. Ja, wir hatten vom 29.11.2024, haben wir den letzten Bericht von der IMO veröffentlicht, das letzte Update zum Ausbruch. Und hier wurden gut 5 bis 10 Kubikmeter pro Sekunde Förderrate angegeben. Und man kann dies auch sehr schön auf den Live-Bildern von Live from Iceland oder MBL erkennen, dass wir einen pulsierenden Vulkanausbruch haben. Das bedeutet, wir haben jetzt aktuell so gut 5 bis 6 Kubikmeter pro Sekunde. Und wenn ein Vulkanausbruch pulsiert, der Druck mal etwas in den Förderwegen steigt, dann mal wieder etwas fällt, dann können hier auch aktuell Förderraten von ungefähr 5 bis 8, 9 Kubikmeter pro Sekunde erreicht werden. Die IMO gibt hier an, aktuell zwischen 5 und 10 Kubikmeter pro Sekunde. Das heißt, wir haben hier auch schon diesen pulsierenden Vulkanausbruch mit einberechnet. Es sind immer zwischen 5 und 10 Kubikmeter pro Sekunde. Sollte sich hier auf jeden Fall was ändern, wird die IMO uns das auf jeden Fall schnellstmöglich mitteilen. Das letzte Update war, wie gesagt, hier vom 29.11.2024. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall mal ein wenig die Liste von Stefan Langenbach angucken. Es ist wirklich eine Liste, die Gold wert ist. Es gibt tatsächlich Menschen auf diesem Planeten, die sich noch mehr mit Island beschäftigen als ich. Ich bin ja immer so mehr in den fliegerischen Feldern drinne und auch bei anderen Vulkanausbrüchen. Ätna hauptsächlich auch die italienischen Vulkane. So, und hier ist es wirklich wichtig, sich mit den Menschen zu unterhalten, die sich mit Island viel, viel mehr beschäftigen. Und Stefan Langenbach hat an dieser Stelle eine richtig geile Liste erstellt. Die werde ich euch jetzt hier einblenden, beziehungsweise oben, da, 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 ist egal. So, und hier seht ihr die kompletten Daten der vergangenen Eruptionen. Wir werden aber jetzt nur auf die Eruptionen eingehen, die seit der Grabenbildung am 10. November 2023 stattgefunden haben. Das heißt, wir befinden uns jetzt aktuell in der siebten Eruptionsphase. Und laut der Liste von Stefan Langenbach, die er sehr, sehr schön gemacht hat an der Stelle, danke, geht nochmal raus an dich an der Stelle und auch für deine lieben Informationen, hat er die erste Eruption festgehalten. Und zwar hat die am 18. Dezember stattgefunden und hat geendet, ist geendet am 21. Dezember. Das heißt, wir hatten hier drei Tage Eruptionszeit und wir hatten eine Aufladungszeit, wie er das hier angegeben hat, auch schön, ich muss immer ein bisschen hier hingucken, weil ich die Liste offen habe, von 39 Tagen. Das heißt, seit der Gangbildung bis zur ersten Eruption 39 Tage und dann ist es oben an der Erdoberfläche eruptiert. Wir hatten eine Spaltenlänge von gut vier Kilometern gehabt und eine maximale Durchflussrate von 100 bis 300 Kubikmeter pro Sekunde. Sekunde. Das komplette Auswurfvolumen, welches dieser Vulkanausbruch innerhalb von drei Tagen geschafft hat, waren 15 Millionen Kubikmeter und wir hatten eine Lavafeldgröße von 3,4 Quadratkilometern. Also relativ klein im Gegensatz zu den Daten, die ihr jetzt gleich noch hören werdet. Aber ihr könnt die ja jetzt hier auch schon einlesen. Also es hat klein begonnen, es wurde dann Stück für Stück immer etwas größer und jetzt aktuell hat sich das Lavafeld bei der aktuellen Eruption jetzt auf Platz 3 eingerankt. Also von der Lavafeldgröße. So, jetzt kommen wir zur zweiten Eruption. Die war vom 14. Januar bis zum 16. Januar, also nur zwei Tage, und hatte eine Aufladungszeit von gut 26 Tagen gehabt. Hier wurde eine Spaltenlänge von 0,9 bis 1 Kilo, ja, so 0,9 bis 1 Kilometer Spaltenlänge. Das war, glaube ich, die Spalte gewesen, die sich kurz vor Grindelweg geöffnet hatte, wo auch die zwei Häuser beschädigt worden sind, beziehungsweise leider Gottes abgebrannt sind. Hier wurde eine maximale Durchflussrate von 100 bis 200 Kubikmeter pro Sekunde gemessen und wir hatten ein maximales Auswurfvolumen von 2 Millionen Kubikmeter. Also nicht die größte Eruption und ein Lavafeld hatte sich dort gebildet von 0,7 Quadratkilometer. Also auch nicht wirklich groß im Gegensatz zu den Daten, die ihr jetzt gleich noch hören werdet. Dann hatten wir die dritte Eruption. Die war vom 8. Februar bis zum 9. Februar 2024, also jetzt nur noch einen Tag. Ist immer, also erst drei Tage, zwei Tage, ein Tag, ja, so und hier hatten wir insgesamt 24 Tage Aufladungszeit, eine Spaltenöffnung von gut drei Kilometern und eine maximale, kleinen Moment, das war jetzt hier richtig, ne, 8. Februar 2024, 24 Tage, drei Kilometer von maximal 600 Kubikmeter pro Sekunde, ein Auswurfvolumen von 13 Millionen Kubikmeter, ungefähr, ist immer so Pi mal Draumen, und eine Lavafeldgröße von 4 Quadratkilometern, also wieder etwas größer als es bei der vorherigen Eruption dann gewesen ist. Dann hatten wir die vierte Eruption vom 16. März bis zum 9. Mai 2024 und jetzt haltet euch fest, 54 Tage Eruptionszeit, die längste Eruption in der gesamten Eruptionsphase, die wir jetzt haben. Wir befinden uns jetzt aktuell in der siebten Eruption und das war bis jetzt die längste Eruption, 54 Tage, mein Gott. Wir hatten hier eine Aufladungszeit von 36 Tagen gehabt, eine Spaltenlänge von drei Kilometern, eine maximale Durchflussrate von 1100 bis 1200 Kubikmeter pro Sekunde und ein Auswurfvolumen von 35 Millionen Kubikmeter. Auch nicht die größte Zahl, die ihr jetzt hören werdet in diesem Video und eine Lavafeldgröße von 6,2 Quadratkilometern. Entschuldigung, 6,2 Quadratkilometern. Und jetzt sind wir auch schon bei der fünften Eruption angelangt. Die war vom 29. Mai bis zum 22. Juni, also die zweitlängste Eruption mit 24 Tagen. Hier wurden insgesamt 73 Tage Aufladungszeit erreicht und eine Spaltenlänge von 3,4 Kilometern und eine maximale Durchflussrate von 1500 Kubikmeter pro Sekunde. Das heißt, wenn sich eine so lange Spalte öffnet von 3,4 Kilometern und meistens werden auch die maximalen Durchflussraten zu Beginn der Eruption erreicht. Das wird dann immer etwas weniger, wie wir jetzt auch bei der aktuellen Eruption erleben konnten. Da hatten wir jetzt auch eine 3 Kilometer lange Spalte und dann wurde das auch immer von Stunde zu Stunde dann weniger und dann hatten wir ein paar Tage später dann auch nur noch die komplette Eruption auf ein bis zwei Kegel konzentriert, dann hinterher nur noch auf einen Kegel und hinterher endet eine Eruption. Und die Förderraten verringern sich dann auch dementsprechend. Dann wird halt nicht mehr diese ganze Spalte gespeist, sondern das Ganze konzentriert sich dann nur noch auf einen Kegel. Der bildet sich dann richtig schön, wie man auf den aktuellen Live-Bildern erkennen kann. Und das ist wirklich ein toller Anblick auf den Live-Bildern. Dann sind wir jetzt bei der... Ah ne, kleinen Moment! Lava-Feldgröße von der fünften Eruption über 24 Tage 9,3 Quadratkilometer. Also das ist jetzt der aktuelle Platz Nummer 2 noch. Und von der jetzigen aktuellen Eruption sind wir auf Platz 3 der Lava-Feldgröße. Also hat enorm zugenommen. Wir haben ein enorm großes Lava-Feld, ist aber tatsächlich auch nicht das Größte. Dazu kommen wir jetzt von der sechsten Eruption, die am 22. August begann und am 6. September geendet ist. Also über zwei Wochen, über 14 Tage. Da hatten wir eine Aufladungszeit von 84 Tage gehabt. Also das heißt, wir hatten jetzt immer längere Zeiten gehabt, die dazwischen gelegen haben. Ne, so gut 84 Tage. Stefan Langbach hat ja jetzt hier in seiner Liste noch stehen. Bindestrich 6 Tage. Ich weiß jetzt gerade nicht, was damit gemeint ist. Ich vermute mal, das sind dann hier 84 bis 90 Tage. Stefan, falls du das Video siehst, kannst mich gerne korrigieren. Wir hatten eine Spaltenlänge von unglaublichen 7 Kilometern gehabt. Und eine maximale Durchflussrate von 2000 bis 2500 Kubikmeter pro Sekunde. Wisst ihr eigentlich, wie viel Lava da hochkommt, wie viel Magma da raussprudelt? Ja, das ist wirklich enorm. Also Magma heißt es ja unter der Erde und Lava über der Erde, ja. So, und das sind wirklich abnormale Mengen, die da rauskommen. Das ist wirklich unvorstellbar. Wir hatten bei dieser Eruption, die über 14 Tage lang anhielt, also bei der vorletzten Eruption, von 61,2 Millionen Kubikmeter. Das ist wirklich eine abnormale Größe. Und hier wurde auch tatsächlich das größte Lava Feld gebildet. Und zwar mit einer Größe von 15,8 Quadratkilometern. 15,8 Quadratkilometer. Das ist wirklich auch schon enorm groß. Ja, das kann man auch sehr schön auf den Bildern von der IMO erkennen, bei den täglichen Updates, die die dort rausbringen. Und das ist wirklich, ja, einfach der Wahnsinn. Und jetzt, ich sehe auch in Zukunft, das ist meine Selbsteinschätzung, sehe ich auch noch kein Ende dieser Eruptionszeit, die wir jetzt haben, seit der Gangbildung vom 10. November 2023. Ja, also es geht, die Bodenhebung jetzt aktuell beginnt auch wieder. Ja, wir haben oben die Eruption noch am Laufen. So, und das Magma-Reservoir und das Swazengi füllt sich aber auch schon aktuell wieder. Ne, und wir hatten da auch schon, wie in meinem vergangenen Video auch schon mal erwähnt, eine, das war jetzt die vierte Eruption, meine ich, gewesen, die über 54 Tage lang anhielt. Mike, falls du das siehst, korrigiere mich. Aber da hatten wir das auch gehabt, dass sich das Magma-Reservoir und das Swazengi wieder befüllt hatten, die Bodenhebung begann, aber die Eruption an der Oberfläche auch immer noch am Gange war. Ja, so, das heißt, wir hatten eine unglaubliche Einfüllrate in dieses Magma-Reservoir gehabt und das Magma konnte dann so weiter direkt an die Oberfläche gehen, aber das wurde dann so extrem befüllt, dass sich das Ganze dann trotzdem an der Erdoberfläche, ja, weiter ausgetragen hat. Magma-Reservoir befüllt sich und die Eruption an der Erdoberfläche geht trotzdem weiter. Einfach nur der Wahnsinn. Die aktuelle Eruption, die ihr jetzt hier erkennen könnt, die begann am 20. November und wir haben jetzt den 2.12.2024. Das heißt, wir befinden uns heute an Tag 13. Hier sind jetzt die Aufladungszeiten von 88 Tagen angegeben, eine Spaltenlänge von drei Kilometern, die wir hatten, wie ich auch in meinen vergangenen Updates erwähnt hatte und wir hatten bis jetzt eine maximale Durchflussrate von gut 1.300 Kubikmetern pro Sekunde gehabt. Wir können hier jetzt noch nichts Aktuelles zum Auswurfvolumen sagen, weil die Eruption aktuell ja noch am Gange ist. Und auch zum Lavafeld können wir tatsächlich noch keine Daten angeben. Das aktuelle Lavafeld hat bis jetzt eine Größe von gut 9,1, 9,2 Quadratkilometer schätzungsweise. So, aber hier fehlen jetzt noch die Daten, die erreicht werden, wenn die Eruption beendet ist. Dann wird Stefan Langenbach euch das in dieser Liste auch eintragen. Die Liste wird jetzt öfters vertreten sein in meinen Videos, denn diese Daten sind wirklich Gold wert. Ja, weil während ich meine Videos produziere und im Background Menschen arbeiten, die solche wertvollen Daten erschaffen und sich alles notieren, das müsst ihr euch mal vorstellen, dann sind solche Sachen echt Gold wert. Danke geht nochmal raus an der Stelle an dich, Stefan, und auch an Mike, die mich hier immer auf dem Laufenden halten und von denen ich auch zwischendurch mal was auf die Mütze bekomme, wenn der Patrick meint, falsche Daten in einem Video nennen zu müssen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr das Video bisher geschaut habt. Ihr dürft mich gerne, wenn ihr mich und meine Arbeit mit dem Vulkan noch nicht kennt, für euch kostenlos abonnieren. Ihr dürft mir auch gerne eine kostenpflichtige Kanalmitgliedschaft abschließen. Und zwar habe ich hier drei Stufen erstellt, von 99 Cent rauf bis 4,99. Das überlasse ich komplett euch, inwiefern ihr meine Arbeit unterstützen wollt. Jeder Euro, der reinkommt, zählt. Und ich möchte auch natürlich irgendwann auf Island landen und direkt mit meinem Mikrofon vor dem Vulkan stehen und euch live von vor Ort berichten. Das ist wirklich ein großer Traum von mir. Island ist noch ein Muss. La Palma steht jetzt auch noch auf meiner Liste, damit wir uns den alten Cumbre Wecher, heute namentlich Tayo Goethe genannt, anschauen können und ich euch von meiner Anfangszeit auf YouTube mal ein bisschen von vor Ort berichten kann. Ihr dürft auch gerne die Kanäle meiner Partner abonnieren. Einmal den lieben Sven von Vulkan-Tastisch, den lieben Patrick von Apokalyptic Science und den lieben Marc Seglert von vulkane.net. Meine Infoseite, er, ihm gehört die Facebook-Gruppe Vulkanus and Vulkanism und dem Mike-Schüler gehört die Facebook-Gruppe Vulkane Islands. Und da bleibt ihr zu den Themen auch immer auf dem aktuellsten Stand. Auch bei vulkane.net auf seiner Seite, die jetzt mittlerweile 24 Jahre alt ist. Und es ist wirklich auch eine Seite, die extrem goldwert ist. Gerade was auch den Vulkanismus anbetrifft. Aber ihr werdet nicht nur dazu auf der Seite auf dem Laufenden gehalten, sondern auch zu sämtlichen anderen Naturphänomenen. Haben wir Erdbeben, haben wir Tsunamis, haben wir starke Unwetter. Marc hält euch täglich auf dem aktuellsten Stand. Vor allen Dingen auch zu aktuellen Ereignissen, wie Island jetzt zum Beispiel. Ganz wichtig. Ich bin raus an der Stelle. Macht es gut. Euer Patrick von Nidum Produktion. Und eine schöne Adventszeit noch. Auf Wiedersehen.